Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zock Andy. Wir spielen heute wieder Transport Fever. Und wir sind bei der Europa Kampagne. Wir gehen es wieder an. Diesmal in Europa. So, dann schauen wir mal, was uns da erwartet. So, der alte Kontinent bringt laufend neue großartige Erfindungen hervor. Hab ich teil am rasanten technologischen Fortschritt und stelle den reibungslosen Transport in verschiedene Länder europasicher. Dann hauen wir sie mal rein. Der Gotterdunnel. Müssen wir Bergbau betreiben oder wie? Europa Mission One. Bisschen der Beladezeit für das, dass es auf einer SSD ist, aber okay. Ist halt so. So, wir sind im August 1872. So. Und zwar, eine Pause haben wir, das ist wichtig. So. Schauen wir mal, was müssen wir denn da machen? Liefere die ersten Werkzeuge zur Tunnelbaustelle. Bau eine LKW-Station, bla 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 bla. Errichte einen Depot und kaufe dort Pferde kutschen, bla bla bla. Ja, okay. Wir sollen da Werkzeuge hinliefern und wie viele. So, jetzt muss man mal schauen. Ist ein bisschen auf die Seite hier. Da ist diese Fabrik, die wir brauchen. Die produziert Tools und zwar einfach so, weil sie nice ist. So wie ich das sehe. Und die sollen wir da hinbringen. Zur Tunnelbaustelle. Dafür kriegen wir Steine anscheinend. Auch interessant. Wie viel ist es wurscht? Wir fangen mal an. Schauen wir uns mal die hier. Hier haben wir einen Personenbahnhof. Auch interessant. In Luzern. Und deckt nicht die ganze Stadt, aber okay. Hier haben wir einen Frachtbahnhof. Sehe ich gerade. Hier haben wir noch einen Personenbahnhof. Geht so weit. Und hier haben wir auch einen Frachtbahnhof. Beziehungsweise da haben wir ein bisschen ein größeres Städtchen. Oh, größer ist relativ. Größer ist relativ. Das ist auch so eine Babystadt, aber noch immer größer wie das da. Schauen wir mal wie groß ist Luzern im Städtchen gehen. Oh, nicht mal. Das ist eine Pfurz-City. Und Altorf. Ja. Ja, wie auch immer. Machen wir das mal. Eine Lkw-Station da hin und Holadrio. Und die Zuglinie geht noch nicht ganz runter. Die müssen wir dann noch mal fertig machen. Vermute ich. So, dann fangen wir mal gemütlich an. Wir haben 5 Meter. Das ist nicht so viel, aber okay. Und zwar brauchen wir eine Lkw-Ladestation hier. Können wir aber auch darüber. Allerdings da gehen die Gleise entlang. Das ist ein bisschen blöd. Ich würde sagen, machen wir das so. Hoppala, Kollision. So können wir es bauen. Aber da ist es noch besser, wenn wir es hier hinbauen. Da kommt es mir nämlich billiger. So, mit ein bisschen Abstand natürlich. So, läuft. Und hier ist diese Baustelle. Da haben wir schon, Heinz. Da müssen wir das nur abliefern. Jetzt brauchen wir natürlich nur ein Depot. Das ist aber eine Kleinigkeit. So. Oh, die erste Mission ist immer die Pipifax-Mission. Sondermal. Da dürfen Sie nichts denken. So. Eine neue Linie. Und zwar von hier nach dort. Neue Linie. Von Halbdorf nach hier. Und zwar schöne Tools. Da lassen wir natürlich voll laden. Und das nennen wir natürlich Werkzeug oder Tools. Tools? Lkw-Tools. Ich glaube, das sind Tools da, oder? Äh. Ja, Werkzeug-Tools ist ja dasselbe. So. Also. Dann lassen wir mal die kleinen Scheißchen in die Freiheit. Ähm. Schauen wir mal, was es da gibt. Also, wir haben Passagiere. Ach, du scheiße Pferdekutschen. Neuer Ernst? Das ist ja im mittleren Jahrhundert hier. Hier. Vier und der Fünf. So. Hochmodern sind wir nicht gerade. Ich würde eher die billigen nehmen. Ob wir jetzt vier oder fünf transportieren können, ist wurscht. Echt schon. Nehmen wir drei so Dinger. Und die gehen alle zur Linie. Lkw-Tools. Ab geht die Party. So. Wir können schon mal anfangen. Sobald das erste unten ist, müssen wir ja, jo. Das erledigt haben. Da steht ja keine Zahl. Wie viel, ne? Interessant, wie viel die brauchen, ne? Schön ausliefern, meine Freunde. Wo fährt ihr hin? Falsche Richtung. Hallo? Falsche Richtung. Hier geht's an. Spacken, du. Na, will ich hoffen. Nimm das mit, du. So. Ja, da können wir ja gleich mehr nehmen. Sobald das ausschaut, brauche ich da noch mehr. Die Frage ist, nimmt der da unten dann auch immer mehr an? Ich denke schon, ne? Müsste gehen, ne? Also, mach mal gleich noch zwei. Am besten von die billigen, weil, weiß ich nicht, die kosten halt nicht viel, ne? Also, Lkw-Tools. Let's go. Wehe, fahrt wieder vorbei, ihr Zipfel-Klatscher. Wieso willst du einen Baumstimme mitnehmen, du? Der hat Werkzeug. So, du nimmst da noch was mit. So, sobald der da unten ist, sollten wir das geschafft haben. Ich glaube, der hat schon vier, oder? Gumm her. Jupp. Ist ja jetzt nicht das schwerste. Da werden wir Steine kriegen. Die werden wir dann halt, ja, weg. Wir kriegen einen Haufen Stein hier. Und die brauchen einen Haufen Tools. So werden wir schnell Freunde hören. So liefert der auch ab. Hat abgeliefert. Sehr schön. Geschafft. Easy-beasy-squeezy. Mal fettes Fragezeichen. Das klicke ich gleich mal an. Folge dem Hinweis Altorf. Aha. Hier gibt's einen Hinweis. Was ist das? Folge dem Hinweis und klicke auf das Fragezeichen, um mehr zu hören. Ah, hier. Was ist hier oben? Dreh jeden Stein der Fels-Formation, dann findest du den Bergkristall. Was? Die Steine da, oder was? Was? Und so ein Bergkristall finden, oder was? Hier muss irgendwo ein Bergkristall sein, oder was? Das ist ja witzig und putzig. Ey, da werde ich aber alte. Ist nicht euer Ernst, da. Hier, oder wo? Hier, oder wo? Etwas genauer wär schon nett. So, wie auch immer. Äh, was soll man hier machen? Verbinde Altdorf Süd und Altdorf Nord mit Gleisen. Ich seh nur ein Altdorf. Das ist Altdorf Nord, oder was? Altdorf Nord. Das ist. Das ist gar nix. Das ist nur Altdorf. Das ist eine andere Stadt. Wo ist denn? Altdorf Süd, da unten ist. So, da müssen wir die Gleise... Ja, wir müssen einfach nur ein paar Gleise bauen. Gut, das werden wir gerade noch hinkriegen. Lol, hier gibt's nicht mal schnell Gleise. Also man merkt, dass man wirklich im mittleren Jahrhundert ist. So, das machen wir jetzt einfach so. Das wird, denke ich mal, nicht das Riesenproblem sein. Aber wenn hier wirklich ein Zug fahren soll, dann müssen wir sowieso mehrgleisig fahren. Fertig. So schnell geht das Lieferestein von der Tunnelbaustelle zu Steinhalde. Wo ist die Steinhalde? Zu dem Scheiß da, ne? Okay, da müssen wir uns einen Zug kaufen. Wo ist mein Zugdepot? Ist das hier? Ne, das ist ein normales Depot. Hier ist Zugdepot, oder? Jupp. Das ist direkt an dem Bahnhof gebaut. Finde ich lustig. So, dann kaufen sie mal einen Billigzug. Ach du Scheiße, was haben wir denn hier für ein Schrott? Aber das ist ja wirklich mal... Das sind ja Tü-Tü-Züge. Alter, Fall da. Wie soll denn der Steine transportieren? Der fällt ja auseinander. Holy shit. Valentin, thanks for the follow. Boit. Boit. Aufrufe! So. Also, was kaufen wir jetzt für ein Zug? Irgendein Zug vorher. Ähm. Aber das sind doch keine Züge, das sind Zustände hier, hä. Das gibt's wahrscheinlich eh nicht. Gibt's überhaupt schon was elektrisches? Nö. Diesel gibt's auch nicht. Ja, es gibt nur die beiden, ey. Da muss ich damit leben, ey. Das ist immer mühselig. Ja gut, der hat ein bisschen Wumms hier. Dann nehme ich jetzt aber den stärkeren, weil ich meine, hier geht's um Steine, ne? Die Waggons, wie viel passen da rein? Sechs Leute, da kann ein Clay zu Fuß gehen. Ey, das sind ja lustige Waggons. Noch kleiner geht's ja echt nicht. Oh, scheiße. Also der ist für Stein. So. Wieviel nehmen wir denn da? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ey, was sind denn das für Pipifax-Dinger? Sechs, sieben, acht, neun. Dann nehme ich gleich zehn, ey. Ja, eine Linie brauchen wir natürlich noch. Neue Linie. Und zwar von... Wenn das hier mal aus dem Weg geht, wird das super hangern. Von da... Wir brauchen ja nur eine Linie hier. Nach... Vector. Hier hin, glaube ich, oder? So, voll landen da unten. Und das funktioniert. Der verschüsselt sich. Alter, das sind Züge. Wie schnell fahren wir nun mal? 20. Läuft bei dem. Läuft. Wird das nur ein bisschen schneller. Oh ja. Ich könnte mit dem Fahrrad überholen. 28 kriege ich auch noch hin. So sportlich bin ich. Geil. Läuft bei dem. So, Tools sind genug. Und Steine, das sollte auch langsam hinhauen. Brauchen wir LKWs hier da. Hauen wir sie noch mal 5 in die Fuzel. Aber die billigen am besten. 1, 2, 3, 4, 5. Die kosten eh nix. 13,7 K, das ist echt ein Trinkgeldniveau, du. LKW Tools. Ab geht's. So, und hier haben wir eine Eisenbahnlinie. Die habe ich noch nicht umbenannt. Und zwar nennen wir die Zugstein und fertig. Das ist Zugstein. So, allerdings unser Zugstein, der schläft ein. Wie schnell fahren wir denn jetzt? 39, das geht. So, Zugstein. Da unten schön abholen. Wir holen hier dieses Zeug ab. Der müsste jetzt brav da Steinchen abholen. Wo ist er? Ja, so weit läuft es auch. Bahnhof kriegt Stein. Also 4 passen in einen Waggon. Und 10 habe ich also 40. Sofern ich nur ein bisschen rechnen kann. Mein Zahnarzt hat mir heute jede Gehirnzelle weggebohrt. Der fand das lustig. Wie geil, was heißt gebohrt? Der beim Zahn vernichtete. Das Problem war nur, mein Zahn und der Zahnarzt waren nicht einer Meinung. Mein Zahn wollte einfach nicht raus. Also hat sich der Zahnarzt gedacht, hey, ich hab ein Brechgeißen da hinten. Und so hat er sich auch aufgeführt. So, wir brauchen noch ein bisschen Steinchen. Das heißt, es wäre nett, liebe LKWs, wenn ihr mal ein bisschen Tools darunter bringt. Hier ist genug lagernd. Die Produktion geht drauf. Ob das wirtschaftlich ist, keine Ahnung. Denk mal, nö. Ja gut, wir haben hier Sachen gekauft. Das passt schon. Ist etwas lagernd? Jo, 4. So. Die bringen mir brav Stein, dass der Zug voll wird und dann kann sich der verdüseln. 500 Steine müssen wir abtransportieren. Das würde ein bisschen dauern. Aber es sollte klappen. Ja, die fahren jetzt natürlich leer. Das sind die Neuen. Aber der Zug, der wartet sich einen runter. Das haut auch hin. Ja, hier wartet Munition, ey. Wäre nett, wenn das jemand abholt von euch Flaschen da unten. Die lümmeln hier rum. Wo ist mein Zug? Wieso ist der so klein? Wieso ist denn der so klein? Der hat nur 4 Waggons, ne? Wieso hat der nur 4 Waggons? Wieso sieht der so komisch aus? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018